Ähm, hallo? Jungs? Übergebt ihr feierlich eure Seelen der Omega-Kreischmar-Bruderschaft! Au! Schwört ihr alles geheim zu halten, was ihr in diesen Hallen seht? Und mag es noch so grauenvoll sein? Hey! Seid ihr gewillt den heiligen Eider? Oh meine Güte! Mubelchen! Schalt doch das Licht an, wenn du hier unten bist! Ihr verderbt euch noch die Augen! Mom! Wir sind mitten in einem Aufnahmeritus! Gruselig! Tja, macht weiter! Tut so, als wäre ich gar nicht da! Das ist das Haus von meiner Mutter! Verspricht ihr einzustehen für eure Brüder! Ungeachtet aller Gefahren! Und werdet ihr Omega-Kreischmar beschützen, auch wenn es mal brenzlig wird? Selbst dann noch, wenn die Überlebenschancen verschwinden, gering sind gegen Böses, ob es gut groß ist oder klein! Auch im Angesicht endloser Schmerzen und... Ach, vergisst es! Ihr seid dabei! Ja! 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 Ja!